Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei mir Replicant. Äh ja, wir dürfen nicht getroffen werden, das ist das Wichtigste, wegen dem Paket. Hey, die Maus ist im Weg. Wuh! Ja, mal sehen wir, wie wir die Quests heute alle erledigen. Es ist... Ah, guck mal, Schafe. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Bleib stehen. Hammelfleisch. Da ist auch das Wildschwein. Gut zu wissen. Hammelfleisch? Dit 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 dit. Hammelfleisch? Okay, wir dürfen einfach nicht ausweichen. Oh mein Gott, wie viel Schaden das gemacht hat. Wir müssen nochmal zurück. Bist du tot? Was? Was? Das ging schnell. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast das Wort Luke erhalten, mit Magie genutzt, Magie, MP, Kosten, Minus 2. Du hast ein Wort erhalten, mit Worten kannst du Waffe und Magie verstärken. Nutze die Wörter, indem du einen Tab zu Worte weißt, von Grimoire, Weiß, Waffen oder Magie zu weisen. Wenn du die Waffe bist, kannst du die Welt, die Yonah zu retten. Wenn du das wahrnimmst? Die Waffe ist nicht so schrecklich, oder? Du wirst nicht so schrecklich. Du wirst jetzt nicht so schrecklich. Okay. Du hast das Tutorial Todesstoß freigeschalten. Okay, das muss ich mir mal genauer angucken mit der Magie. Waffen Worte zu weisen. Magie. Dunkle Explosion. Luke. MP kostet Minus 2%. Ey. Okay. Okay, wir finden sozusagen von Gegnern, die können Worte droppen und die können wir dann vereinen und so sich... Ja, die Spells verändern. Minus 2% MP kosten ist jetzt nicht so viel, aber... Wenn ich springe, geht es nicht kaputt. Okay. Oh, hi. Stärkere dunkle Explosion freigeschalten. Ey. Gucken wir auch mal gleich nach. Magie. Dunkle Explosion. Okay, das hat sich nur in dem Fall verbessert. Boah, ich muss mit dem Menü erstmal ein bisschen zurecht kommen. Deh, 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 deh. Also das Wildschwein erledigen wir erst nachher, nachdem wir das Ding abgegeben haben. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Oh man, wir wollten noch die Übungswaffen holen, fällt mir grad so ein. Oh, hi. Wir sind full live. Ähm, ja, die Schafe. Toll, die sind schon despawned, klasse. Ging ein bisschen schnell. Nichts. 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 Okay. Puh. Ja, dann halt mich. Hm, 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 hm. Aber natürlich Wolle. 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 Wolle, bevor sie despawnen. Was, die ist schon weg? Wow. Das ist auch ... die Systeme spawnen, die Viecher. Was? Wolle. 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 Wolle, Wolle. 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 Ähm, ja. Zerbrochene Töpferware, da liegt noch was? Nee, sah nur so aus. So stehe ich auch das Bild, dass da unten in hier sollen Runen darstellen, glaube ich, in dem Lade-Ding. Was haben wir hier? Okay. Ich frage mal nicht nach. Oh, Musikwechsel, ich bin gespannt. Speichern. Oh, oh. Hier würde ich sehr ungern wohnen, wenn ich das so sagen darf. Ich würde sowas von irgendwo runterfallen. Diese Alpakelle, äh, Alpa... Die Musik. Ihr wisst, dass ich aussprechen will. Warum nützt das Schwert in die Hand? Zerstörbare Kisten. Okay. Blut absorbieren. Du hast das Wort Pah erhalten. Einige Stärke plus 2%. Gegenstände sammeln, freigeschalten. Tutorial, okay. Sieht für mich jetzt nicht nach einem Dorf aus. Oh, willst du mich verarschen? Das scheiß Ding, Alter. Wie unlucky. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal erstmal zu ihm hin. Easy. Oh, die 2D-Ansicht kennen wir. Schön. Immer schön solche... Ach, die kann man zerstören. Sagt es doch einer mal, bitte. Nice. Verbeuter Metallschläger. Oh, ich erlöse ihn. Ne, wir sind wieder am Anfang. Klasse. Die Frage ist, wo kommen wir dann bitte schon hier hoch? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, tatsächlich. Samen, 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 Samen. Habe ich schon wieder was übersehen, wo es hier hoch ging? Ne, siehst du es mal nicht. Ach, da geht es... Hier geht es schon raus. Alles klar. Alles klar. Und ganz viele Gegner, ganz sicher. Ciao. Worte halten, du hast das Wort besser erhalten. Mit Kampfkünzen gibt es ein physisches Schaden plus 2%. Alles klar. Das ist nicht die Mordsverbesserung. What? Erntenfreigeschalten-Tutorial, okay. Lohnsam. Ähm, ich habe das Gefühl, geht es nicht wirklich weiter. Oder vielleicht doch. Bin ich zurückgegangen. Ich hasse mich. Oh mein Gott, ich bin zurückgefallen. Ah, aua. Hä, wo muss man da bitteschön hin? Hä, wo muss man da bitteschön hin? Und da? Mit jedem Bluetooth, was wir übrigens einsammeln, wenn ich das sehe, lernen wir sozusagen, ja, ihr hört ja immer so diese Stimme im Untergrund. Ich denke mal, dass wir die Wörter darstellen, die wir dadurch lernen. Also da ging es definitiv nirgends hoch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay. Okay. Die Frage ist, wenn wir hier nicht hin müssen, wo müssen wir dann hin? Hier geht es ja definitiv nicht weiter. Ich bin jetzt schon verwirrt. Und hier gegen die Tür kommen wir ja auch nicht rein. Wir könnten versuchen, da rüber zu kommen, wenn das irgendwas bringt. Nee. Hä? Bitte? Es geht aber noch runter. Da waren wir aber auch schon. Nee, da kommen wir her. Ja, ich bin jetzt hier. Da wäre es sowieso nicht weitergegangen. Da unten geht es auch nicht weiter. Da kommen wir her. Oh mein Gott, wir waren doch richtig. Es war eine Stufe höher dadurch. Oh mein Gott. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Äh. Da kommen wir her. Wenn ich hier so runterspringe. Okay, geht's wieder auf. Ich bin zu 100% überfragt. Ich muss hier jetzt rumirren. Das ist natürlich super. Meine bezaubernde Stimme. Ich will einfach nur die wundervolle Musik damit betonen. Hier geht's auf jeden Fall nicht hoch. Hä? Man guckt ja nur hier entlang. Übersehe ich hier irgendwas? Gibt's eine Möglichkeit, dass ich da hochkomme? Ich glaube zwar nicht, aber... Gibt's auch nicht lang. Da kommen wir her. Da kommen wir nicht drüber. Ich kann ja auch nirgends was anvisieren. Und das springen könnte ich theoretisch, was keinen Sinn macht. Wie ist es hier? Wir kommen aber da links... Okay, das macht für mich überhaupt gar nichts. Das macht keinen Sinn mehr. Wir gehen hier wieder weg. Vielleicht müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt hierher. Oder ich habe irgendwas komplett übersehen. Oh, da liegt was. Ton. Okay, das war jetzt ein bisschen... Nö? Ich komme ja auch nicht mehr raus. Ha, ha, ha. Geil! Okay, ich würde sagen, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich mache das ein bisschen off-skin. Vielleicht finde ich ja was heraus. Aktuell sieht es... Und ich kann nicht mal die Quests, gell? Ich kann nicht mal die Quests zerlegen jetzt. Weil wir hier drin sind. Okay, ich würde sagen, ich gucke mir das nochmal an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht übersehe ich was komplett offensichtliches. Aber... Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, hoffentlich wieder. Bis dahin eine schöne Zeit.